Da, nach hinten anfällig. Wichtig war da dieser harte Backcheck von Frank Hördler. Und da ist das 2 zu 0, zwei Minuten vor Ende des ersten Spielabschnitts. Der Pass am lange Pfosten. Diesmal kann man an. Den Krimmetscher bisher ein paar Mal versucht hätte. Schauen wir auf die Wiederholung. Frank Hördler hält die Scheibe drin. Tief. Ekelt Karls, der sich da durchsetzt und eben diesen Weg macht zum Tor. Auf den langen Pfosten. Und hier dann bedient wird, hält die Kelle rein.